Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! 3 Sekunden, bitte! kurz mehr! 30 Sekunden, plugins! komplett schreien! Ehrlich, ich darf mal hier nie beenden! Ich hab an der Zielkrampf gelegt! Hallo und herzlich willkommen zu GDA Online. Nein, wieder dabei ist der Onkel, der Noxy, der Chris, der Papa, Helm, der Gabax und der Revalo. Okay, dann hofft doch auf den Klo. Hallo Revalo. Genau, da wird jetzt so Pech haben. Und dabei geht's mit Wie ein Vogel. Was ist das denn? Jetzt kannst du einen Fallschirm ausdehnen. Dein Fallschirm, Air Force Fallschirm. Nein, will ich nicht. Ach, wir machen jetzt Schuh. Ach, da hätte ich doch, ach man, da hätte ich doch die Waffen ausgeschalten. Ich weiß doch nicht, was das ist, was wir jetzt machen. Wie, können wir uns gegenseitig während des Flugs abschießen? Ich würde aber wirklich sagen, dass wir das lieber lassen, weil das ist sonst kein Problem. Echt? Da wächst man schon Feuer. Richtig. Alles, was drin ist. Na gut. Ich bin mein Raketenwerfer. Ihr dürft euch nicht schießen. Okay, müssen wir jetzt irgendwie, müssen wir durch irgendwelche... Ich bin mit Brenzlufthammer. Ach, jetzt ist dadurch diese Dinger fliegen. Und wie kann man die Fallschirm ausführen? Ja, genau, ich springe jetzt raus. Go, 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 go. Wo ist das Ziel? Geht das? Oh Gott, wie kann ich lenken? Shit, wie kann ich... Ah! Was denn, du? Ich falle, Hilfe. Wie kann ich hoch? Wie geht's? Ach so, ich weiß nicht was. Ich falle, ich falle, ich falle. Ich falle. Wohl. So, warte, 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 ich warte, ich warte auf euch. Ach so, so, langsamer. Weißt du, im Endeffekt sind sie eher noch im Helikopter wartet, bis fünf Leute, und dann sind die Tropfer hin und zergeflogen. Du müsstest halt dann die Punkte durchführen. Checkpoint nicht durch. Alter, die Landung wird übel. Mal gucken, wer alle stirbt. Nein, ey, ey. Ui, 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 ui. Also, Rewano dürfte nach oben, Rewano dürfte nach oben im Hubschrauber hocken. Stimmt. Ich sag doch, der konnte im Endeffekt nach dem Rotort uns alle weg. Oh Gott, der erste schießt schon. Hahaha, nein. Jetzt hat er ja bloß einen halben Part, ne? Okay, ja, egal. Nein, oh, 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 oh. Ah, okay, man kriegt die meisten Punkte, wenn man durch die Mitte geht. Ach, echt? Nee, tatsächlich? Ja, man, ja, das ist... Echt? Wo soll ich das denn wissen? Das ist ja so toll. Das ist beim Dartspiel, wenn du in die Mitte schießt, kriegst du auch die meisten Punkte. Hast du nicht gewusst? Ach, nein. Nein. Wir haben hier aber keinen DART. Nein, stimmt aus dem Stimmt das nicht. Wie ist mit euch los? Dieses Triple-Dings-Da-Boomster kriegst du die meisten. Ja, stimmt, Triple-Twenty. Na gut. Nee, es geht höher. Nee. Boah. Ich hab ein Ding komplett verpasst. Das ist scheißegal. Im Endeffekt stimmt eh Minimum 50% von allen, die hier versuchen zu landen. Wie weit muss man denn hier runter verpassen? Du hast 7.870 Fuß, Junge. Überleg, was das ist. Du hast doch gesehen, du hast die komplette Insel gesehen von oben. Naja, aber ich meine... Ein Fuß. Ganz hochrechter. Ein Fuß zu 30 Zentimeter. Wach. Der Kreis war so weit unten, wenn sie nicht schießen sollen. Der Kreis. Hast dein Opa gesehen oder was? Dieser Kreis. Die Kategorie und diesen Kreis. Oh Mann. Wir waren nur, hätte das nie zeitlich geschafft. Merkst du, wie lange der braucht zu pingeln? Ja, war übel. Wahnsinn. Ja, er besteht aus einem Urinal. Ey, wer schießt da? Was ist denn das für ein Kack? Kann man jetzt auch noch landen? Ja. Wahrscheinlich, ja. Muss man da was drücken? Wahrscheinlich, ja. Du musst aufpassen, dass der halt. Givano ist gestorben. Alles klar. Schaut jetzt zu. Der ist ohne Fallschirm ziehen runtergefallen bestimmt. Sehr gut. Der war zuerst da. Ja. Ich glaub, der Heli ist einfach... Ey! Nicht schießen! Ich glaub, der Heli ist einfach nur Gitti spawned. Yeah! Alter! Mein Fallschirm! Hör auf! Nein! Der schießt in meinen Fallschirm rein! Ey! Hör auf! Oh, kein Scheiß! Muss ich jetzt hin? Ah! Was ist hier da hinten? Oh! Nein! Nein! Alter, wer lacht! Ich bin vollgehende Wahnsinn! Der hat mir meine Fallschirm kaputt geschaffen! Oh Gott! Oh Gott! Oh! 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 Wir haben ja bloß 45 Sekunden Zeit, Mensch! Das ist online! Wir haben ja bloß 45 Sekunden Zeit, Mensch! Das weißt du aber! Ja! Man kann schlecht sagen, ja hier! Tut mir leid! Ist von Ordnung! Alles gut! Alles gut! Wer hat mich jetzt... Wer hat meinen Fallschirm kaputt geschossen? Mann! Es geht mir auf dem Fall! Der so dreckig gelacht hat! Warum hab ich null Punkte? Nur weil ich nicht in dem Scheiß... Ja! Nee! Weil du gestorben bist! Wahrscheinlich ja! Nee! Weil ich in dem Rücken nicht stand! Das auch! Hm! Ich bin aus dem Ring rausgerollt! Und Rivado war der Erste der auf Boden aufkam! Ja! Ich bin rausgesprungen ohne Fallschirm! Ich war gar nicht da! Mein Körper ist einfach von alleine gesprungen! Okay dann mach ich mal Aufnahmen an! Ja mach mal! Ja! Ja! Nassil kommt zurück hier! Ich bin jetzt auch wieder mit dabei! Bisschen später gesprungen als die anderen! Und die anderen reden schon! Die waren schon falsch gesprungen! Und ich war kurz auf Klo! Hab mich verheddert! Was? Was? In der Klorolle verheddert! Ja! Eine kurze Rede! Blöder Sinn! Alles gut! Es geht weiter! Ja! Das stell ich mir grad so vor! Wie als würde es eine Katze in der Klorolle! Nein! Ich liege sich aus! Damit ich jetzt! Okay! Ich stell's kurz klar! Ich liege ja auch im Bett! Weil ich liege beim Zocken! Was? Das Mikrofon ist am rumwackeln! Die Maus hat sich grad auf mein Bein gewickelt! Und ich hab alles runtergerissen! Und der Laptop ist auch noch weggerutscht! Wer spielt denn im Liegen? Ja ich! Wie kann er sich denn? Du liegst! Ja ich liege! Auf dein Bett! Ja! Und die Maus hat sich mit deinem Fuß verheddert! Ja! Da ist ein Kabel dran! Weißt du? An der Stecker! Wo ich rausgegangen bin! Ich wollte erst unten durch! Weil ich hab ja den USB von dem T-Bone ist ja auch noch da! Und dann bin ich da drunter geklettert! Und mein Fuß hat sich dann in eine Maus gewickelt! Und dann ist der Laptop noch weggerutscht! Dein Fuß hat sich um die Maus gewickelt! Ja! Dann ist das T-Bone-Ding noch umgefallen! Also es war jetzt echt mehr Action als hier bei GDA! Was war's denn ey? Aber ich bin wieder da! Und jetzt fahren wir Boot oder was? Ja! Ich nehm den Speeder! Boot hinfahren! Boah! Ich nehm Jetmax! 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 Jet Brizz!! Jetjam! Cyp-ie mit devils! Ich liebe euch! Gut reagiert! DU lebit! Wer merkt zur gleichen Gedankengangen?! Die Leit.. das war das für jetzt der letzte Gedankengang Hudys gehabt hätte! Nein! Ja ich auch seit ihr Fun Doo! Das hat mich total hired! Wiss ich kap out! Jetax! Jetнизelinn! die einfach nur Sachen fahren von Punkt zu Punkt ich hab'n Gummiboot ich hab'n Knall ich hab'n Knall pinkes Gummiboot ihr habt alle kein Gummiboot so wie ich ihr habt alle so komische schnelle Fahrzeuge das geht ab wie ein Zäppchen ich starte immer ganz hinten in keinem Monat als ich mal letzter bin ich komme gleich vorwärts wer fährt denn da raus drüber Alter ich komm' gar nicht vorwärts aber ähm Boot lässt sich schon mal geschmeidiger lenken muss ich sagen naja hier kommen ja auch keine Steine oder so ähm hallo lasst ihr mich mal nach links Kollegen Alter was ist das denn aber es hat nen Wendekreis von äh Nein ich auch Shit muss ich jetzt da rum oder was halt F gedrückt falsche Richtung fuck oh Gott nein 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 Revanoo hier ist man zerlegt vor so weiter ich hab'n Wendekreis wie ein Flusspferd wie ein Flusspferd Alter der kickt mich hier einfach weg Alter falls ich richtig danke hab' ich auch schon mitbekommen oh ja heißes Kopf-an-Kopf-Rennen Video wie musst du aber fliegen ey das gibt's doch gar nicht gibt's noch irgendeine Tasse die ich drücken muss zum Lenken oder so ich hab'n Wendekreis wie ein Lkw ja ich hab'n Wendekreis wie ein Flusspferd ey ich wollt' bei dir mitfahren du kannst die Handbrennen mit Alter ich muss schon ne halbe Stunde vorher Bescheid sagen dass ich oooohh die sind dreckig genau hängt der Helm hier bei mir fuhren auf doch mal auf ich möchte 5 Minuten nach links in 5 Kilometern entfernen möchte ich bitte die linke Kurve passieren alles klar aber in der Luft bin ich besser unterwegs Alter in der Luft bin ich besser unterwegs oh Gott ja weil ich bin grad über so ne Schanze geschehen du wirst mal ne Schanze geschehen machen mit Abschießen das verkalt wen abschießen? das rennen mit Abschießen Alter macht doch keinen Spaß Gibt es denn mit dem Boot nicht richtig? Boah das mach' ich jetzt nein doch Alter es gibt's nicht oooohh aaaaaaah wie fies hat er schon wieder gewonnen das gibt's ja was war das Chris? ich bin dabei oder was? ja ich wollte cool sein und über die Schanze springen das ist aber mega kurz hier erfolgreich sind das nur bei mir das ist doch scheiße ehrlich das war jetzt so richtig fail von mir ich hab so was noch nie erlebt ja oh ich komm nicht mal rum ja das war ja kurz ich hab grad die Handbrennen zu besuchen Chris du warst doch letzter ne doch nicht Reimano hat's geschafft was hab ich geschafft letzter zu sein ach doch noch nicht er fährt ja noch er fährt ja noch er macht hier OP-Fahrt ähm du hast noch 10 Sekunden er macht Kaffeefahrt er schaffst nicht mehr oh man musst du da gucken wie du da um die Kurven fährst das bremst doch voll ab ich bin total geil dass ich äh egal welche Challenge wir machen dass ich nie beende immer das Kinder seid mal kurz ruhig seid mal ganz kurz ruhig Applaus Applaus dafür Reimano ein Frankfurter Applaus danke danke da wenigstens kriege ich ja Trostpunkte wenigstens kennt's jeder aber merkt ihr was der Helm ne der hat gesagt der hat das auch noch nicht gemacht der ist immer erster irgendwie Ja, es gibt Leute, es gibt Leute, ja eben, es gibt Leute, die liegt einfach Auto-Rennen. Ja. Ich wollte nämlich das nicht aufs Rehen, die konzentrieren sich aufs Fuhren und Steuern. Aber man muss ja auch sagen, dass der Helm hier der leiseste ist in der Runde. Ja, das kann ich stoppen. Deswegen, der konzentriert sich hier, Wahnsinn. Chat Max. Oh, hier, Stopp, Schweiß und Benzin, das war doch geil. Das, oh, nee, obwohl, nee, nee. Aber hier, Blowing in den... War gut. Aber ich muss sagen, ich gewinne mir das Gequatsche gerade auch ab und bin ein bisschen stiller bei den Challenges. Ich habe mal eine Frage an die Zuschauer, die Leute, die zuschauen. Läuft der Stream gerade besser? Ist immer noch so verpixelt, hakt's oder erzählt mal. Nach zweieinhalb Stunden fragt er dann. Seid ihr noch alle da? Vielleicht steht bei denen ja auch nie beendet da. Wenn noch zwei Zuschauer sind, würde es hakeln. Was ist das? Nein, wie viel Zuschauer haben wir denn jetzt? Guck doch mal. Zehntausend? Wie geht das? Ach, Langstreckenrennen. Lang, Langrennen. Fünf Kilometer, okay. Zehntausend Leute. Samstagabend, was denkst du, wie viele wir haben? Die sollen ihr Teppet mitnehmen in die Disco und dann schön auf dem Fahrzeug. Ja, natürlich. Gibt nur ein Fahrzeug. Nur um uns zu sehen. Oh Gott. Okay. Nein. Der Librator. Dieses Fahrzeug, das ist so Premium. Der Vibrator. Ich habe diesmal nichts davon gekonnt. Ich konnte nicht mal auswählen. Die waren so schnell am drücken. Das war aber letztes Mal genauso gewesen. Die haben das Monster Truck ausgesehen und du, 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 du warst Feuer. Oh, ich bin Sonntagsfahrer. Haben wir schon Sonntag? Nee, noch nicht. Ich darf noch gar nicht fahren. Das kann ich nicht sogar. Kann gar nicht sein, ich bin noch hinter dir, Chris. Liebe Freunde da draußen, wir machen gerade ein bisschen Schleichewerbung für Amerika. Bild, hallo. Oh nein. Ach, komm. Och, nett doch schon, bitte. Oh, der war steilisch. Die Bäume sind leidisch umgedreht. Ich bin mal vier. Onkel, entweder du machst Verkehr an oder die Bäume machst an. Alles stört. Verkehr mit Bäume. Verkehr mit Bäume. Ja, danke fürs Anschieben. Ich geh schüttelt. Bist du das hier vor mir, Chris? Chris? Chris bling. Oh, Mann, jetzt habe ich dir mal noch geholfen. Geh weg. Bin ganz. Machst du den. Hey, du hast mich von der Brücke gekickt. Du hast dich selber von der Brücke gekickt. Nee, du hast mich heruntergeworfen, einfach ein bisschen fleißiger. Ja, wachs. Ja, bitte. Ja, bitte. Man, die sind gar nicht wertvoll. Warum tust du das? Was, alle zusammen? Gewachs. Warte. Warte. Warte, Hund. Boah, ich bin hinterher, eine Warnung. Ich bin, ich bin ganz hinten, ich weiß gar nicht, was du fährst. Was, was legt denn jetzt alles hier so? Das ist doch Wahnsinn. Geil, das steht auch noch da falsch in Richtung. Geil, das legt gar nichts, Digga. Ey, das ist doch nicht mein Rennen. Ganz vergessen, da kannst du nicht mal respawnen. Nicht? Nee. Oh Gott, scheiße. Nein, nein. Ich hab dir so'n scheiß Ding vorerst. Wow, 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 nein, 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 ich überschlage mich hier einfach so. Okay, schuld, okay. Und da überschlägt sich noch jemand. Alter, was ist denn mit dem Auto? Warum ist die denn so? Ey, du brauchst ja nur mal ein ganzes Mal. Das ist kein Auto, das ist ein Monster-Truck. Nee, das ist ein Hovertriver. Alles der Wege. Hovertriver. Hovertriver. Snarecraft. Alter, was kann der alles? Ein dickes, fettes Sitzkissen ist er denn. Mann, ey, der Baum. Meine fette, meine Baum. Mann, du scheiß Stein. Ich hasse das, ich glaube, ich bin bei dem Rennen hier schon letztes Mal. Ja, da bin ich auch letzter geworden, da habe ich doch im Wasserfest. Ja, ja, ja. Was war festgesteckt? Nein, ich bin nicht doch. Wie viel Sprechst du brauchst in den Liberator? Aber du hast mich überholt, Chris, du bist da runtergefallen. Jetzt fahr, du scheiß Vieh, ey. Was soll das? Oh, besteigend. Boah, das ist das Level, das geht mir schon wieder nicht. Der Helm, der nutzt auch noch die Gunst der Stunde. Natürlich, natürlich. Also bis jetzt haben wir ja nur Murks gemacht. Gabax, fahr. Was, Moken? Ja, ich fahre doch. Ich gebe den Rückweg. Das soll ich du nicht fahren können. Du kannst ja gar nichts. Du kannst kein Deathwitch, du kannst nicht fahren. Gibt es eigentlich noch irgendwas, wo wir mal zusammen irgendwas abschießen? Was? Ja, da reicht es ein bisschen. Oder ein 7 gegen irgendwelche anderen NPCs. Ich rutsche hier gerade. Schlitzerkammer auf jeden Fall nochmal machen. Ja, irgendwo sowas. Ich kenne das ja. Ich habe ja gar nicht mehr Sprechen gehabt. Das ist irgendwas, was mir nicht so richtig angeht. Ich beschlage mich hier zum Mal. Ja, da warst du wahrscheinlich nichts, weil du kannst ja weder schießen, du kannst ja weder schießen, noch kannst du fahren. Ja, wieso kann ich nicht schießen? Ich habe doch beim zweiten Mal habe ich dich ein paar Mal abgeschlossen. Oh, diese Bäume wieder. Trauma. Das war jetzt bei dem Pistolen-Ding war das nicht so gut, aber so. Oh, Alter. Delivery, komm. Ich hase das Spiel. Da warst du das Erste. Nein, der Drahtor. Puh. Alter, einfach alles verhaut hat. Fahr mich hinten rein, Kollege. Was willst du jetzt von mir? Ich kann doch nichts dafür. Du hast dich doch vor der Brücke gedreht. Nein, nein, nein. Jetzt häng ich hier fest. Leid, leid, leid. Du bist vor mir, das ist schon schlimm genug. So, ich bin ein guter Fahrer, ja. Ich fahr den Baum. Sie hat mich runtergeschubst. Nein, ich bin mein Käfer, ich bin mein Käfer. Oh, okay. Yes, 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 yes. Oh mein Gott. 5 überhüllmann. Wie weit noch, wie weit noch? Zu weit, zu weit. Ja, die Karis lässt sich nicht. Komm, überschlag dich nochmal schön. Nein. Davon kommt da noch eine harte Kurve. Da wird er sich noch freuen. Eine harte? Aha. Nirvana, du bist ziemlich weit vom Mikrofon. So. Oh nein, mach das nicht. Da hat sich jemand überschlagen. Besser jetzt. Nein. Zu gut. Ich weiß schon. er aber auch war eine zweite nicht gut nun geht er wieder schön da hat es sich wir haben es auch vor mir ich bin aus seitdem wir an der Grundung jahren jahren er hat aber auch wenn er aus diesem Montertrag scheiße er hat er das gleiche mit mir grüßt Prozent hier sind die Marke nach Prozent die Jahre die Art der Gavac ich bin raus mich hat er raus mich hat er raus alles kann ich weiter machen so ein das ist ja auch so Quatsch noch sie wurde es da hat mich schon rausgehalten das ist Wahnsinn wie viel Roten hat denn der Baum hier eigentlich und wieder ein Baum echt mit so einer fetten Karre bleibt er an dem Mikrostein hängen wie stark Ja, der hat, der ist... Oh, oh, Chris, das war knapp. Oh, herrlich, dann guck ich denn hier dran zu. Ach, den Onkel. Ich will gleich mal im Wasser stehen. Guck doch mal. Was macht denn der Onkel da? Ich bin doch gar nicht mehr dabei, ich bin drin. Oh, ist das herrlich. Gebt mir auf den Schlag, die Scheiße. Aber Chris, wir werden wieder in Pansch. Ich will nie wieder mit euch so Monster-Druck-Scheiß. Das Chris? Guck mal, der kommt überhaupt nicht vorne. Ja, Sexta. Ja, dieses Erfolgserlebnis. Und jetzt aber alle klatschen für den Chris, bitte. Ja, lebt's. Das war so herrlich, Helm. Das war so herrlich. Das war überhaupt nicht herrliches, was im Katzen. Wie du dich überschlagen hast. Ja, den Chris hat keiner gemocht. Nicht mal die imaginären Bäume. Die spielen wir für was anderes. Was haltet ihr denn von Parcours? Ich mache gar nichts mehr hier. Parcours. Was denn für Parcours? Der braucht ein Bier. Was haltet ihr denn von Parcours? Da müssen wir doch mal wieder zurück in den freien Modus gehen. Lass es doch einfach mal. Mein Gott, das ist doch nicht schlimm. Ich bin schon Level 6, das ist ja geil. Ja, wollt ihr da noch was machen oder wollen wir denn Parten? Ja, weiter, dann was anfangen. Was haben wir denn Innenstadt-Dschungel hier? Ne, mach mal Aktualisieren bitte. Aktualisieren. Ich denke, Part, oder wie weit ist du da Parten? Wie aufschieben? Aktualisieren, Aktualisieren. Was ist jetzt? Aktualisieren. El Bruno heißt. Was sind denn die Totenköpfe hier eigentlich? Das ist Fahrradrennen. Ach, Fahrradrennen. Nein, das sind Zweiradrennen. Die Totenköpfe sind nicht Fahrradrennen. Das ist Zweiradrennen. Ein Rad, Fahrradrennen. Ja, Zweiradrennen, das ist auch mit Motorrädern, nicht nur mit Fahrrädern. Dreirad. Das ist die Sohrräder. Ah ne, ich glaube, das ist sogar mit Sportwagen. Aber wir haben was anderes genannt. Oh, was Glück. Bonus auf den Achter. Was ist das? Das gäbe. Schnelle Runden auf einem achtförmigen Kurs durch die Innenstadt und den industriellen Osten von Los Santos. Na, wunderbar. Bis zu 30 Wagen, standardmäßig Sportwagen, da deren Fahrer gerne an weniger begüterten... Was? Achso, weniger begüterten. Begütert an! Ja! Vorbei rast du dabei, weißt doch, was sind Fett zerspucken. Alter. Was willst du zerspucken, darf man auch noch? Ja. Oder auch Schie... Boah, Alter. Hast du jetzt an den Monitor gespuckt, oder? Ich kann das gut emittieren. Mach das nochmal. Das Geräusch ist geläufig. Mach das bitte nochmal. Ich glaube, hier ist ein bisschen was anders läufig. Geläufig. Das auch. Geläufig. Geläufig. Oh, Mann. So. Ja, der Ladewild wird hier an der Fahrer vor drei Tage und 20 Nächte. Wie du läst noch? Ja, ihr Ladewild. Im Rennen müsste ich mal wohin. Oh, Essay. Oh, Essay. Ey, was ist da los mit dir? Alter. Alter. Alter, ich hab's jetzt sechs ihr Intos, was erwartest du? Hör auf zu trinken. Was ist eigentlich los mit dir? Wir haben Samstag, du sitzt alleine in deinem Zimmer. Alter, ich geb dir, ich geb dir einen Tipp. Stell ihn einmal runter und lass einfach laufen. Und wenn einer fragt, was da so scheppert, dann sagst du, du schüttest grad was ein. So. Ja, ich bin der Letzter. Ja. Einfach laufen lassen. Komm, überhaupt nicht vorwärts. Es gibt Steuern. Warum ist mein Auto so? Warum ist mein Auto so? Verdammt nochmal langsam. Ja. Alter, ey. Ey, schubst mich nicht. Nein, scheiß Baum. Gewalt. Neide. Oh Gott, Onkel übersteuern jetzt. Oh, Mann. Onkel hat sie übergeben. Hey, Papa. Ich bin auch raus. Ich bin raus. Wow. Wer mich hin. Wer auch immer da vorbeikommt. Oh, Mann, ich hasse es hier, schon lange, editionsst Ноcko. Oh, oh. Entschuldigung sagte er, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, Leute. Für meine Zuschauer, die- Werasa ist mit Gewinn Schatten. Wir machen nur das Gewinn Schatten. Hör, also ich werd' das Ziel mal wieder erreichen, da steht dann wieder nie beendet... Leute, Leute! Ja, ja! Alter, geh doch mal weg hier! Ich bin auch schon oben. Oh, danke! Ah, co! Ah, ey, oh, aaaatt, 추억st. Michael, er ist echt gut drauf, ey. Der dreht sich immer dreimal. ja mach's gut tschüss tschüss oh fuck boah ihr habt nicht gesehen dass ich da abbiegen muss ach ja wenn ich ganz hinten bin dann bin ich immer so allein doch wer das weg sein ja merkt schon außer die Verkehrsfahrer hier Ongel du Arsch was was ist denn jetzt Echt das nützt du hinter mir du Arsch doch verdammt dick ist Alter der zieht einfach rüber Mann warum seid ihr so schnell alle dawowski wie zieht ja da müde sind die weil wir nirgends wogegen ach gegfahrt dachte ich wollte gerade sagen Alter er schlägt sich Gott ey Oh Mann Boah Alter Ja ist klar ey Boah ey Oh der Busfahrer Oh der Busfahrer Geh weg Chris Geh weg Chris Geh weg Chris Das ist doch schon wieder erbärmlich Wer bist du aber schuld in das Spiel Oh Mann Ja aber trotzdem ist schlimm ne Toll jetzt hab ich mich so einigermaßen Oh jetzt hat ein LKW mich geflogen Oh Mann Du hast mir alles versaut Hallo Hallo Er ist ein Hallo Ich Noxiii Verfehlst nicht Erkennst du immer noch nicht meine Stimme Nö Was Boah Wer bist du denn Oh Patti So lange hat er nicht gesagt seit wann bist du dabei Scheiße Chris ey du hast mir alles versaut Ach komm ey du bist tausendmal umgefallen und ich bin trotzdem der Letzter also Er hat mich komplett aus der Strecke rausgerissen Oh ne Wo kann man doch mit nem Auto umfallen Er hat auf die Seite gekippt Blub Das wär nix So Ist rum ne Kann ich wenigstens einmal abschneiden Hey Varno fährst du eigentlich durchgehend mit Handbremse? Ja Ich wollte rückwärtsgang gestarmen Drei Sekunden wir never Schau sie Geh rein Schrein Ehrlich Ich darf eh nie beendet Ich mutter Ich hab an der Zielgeraden geleckt, oh! Nicht doch, schau rein, bitte, danke! Ey, meine Spucke ist da hingeflogen, ich hab aus dem Auto gespuckt, wie befohlen. Und trotzdem nie beendet. Das ganze Zimmer ist nass. Rivano, das ganze Zimmer ist nass. Das hat überall hingerotzt. Rivan, ehrlich, ey. Hätte ich mal die Handbremse losgelassen, ey. Ja, Essit, geh mal eine halbe Stunde wieder deinen Fass füllen, ne. Das sagt Rivano. Achso, das ist der City-Part beendet. Mach es mal tschüss. Mach es mal tschüss. Er ist schon weg. Er ist schon wieder weg. Ich bin ja gar nicht der Tschüss-Songer. Alles klar, liebe Freunde, da würde ich sagen, wie gesagt, in der Kanalbeschreibung alle Kanäle unten verlinkt. Sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao! Ciao! Wer zum Teufel kann mir sagen, wie ich abheben kann? Ähm, ich... Du fliegst so... Scheiße! Ja, alle durcheinander, ja! Dann steht da gleich, wenn ich beendet. Doch, Waffen sind freigegeben. Äh, geht doch mal. Äh, ernsthaft? Och, komm ey. Ja, lol! Wie lächerlich! Ja. Der fliegt dann nicht mehr in den Tast, denn. Äh? Achso, man spawnt wieder! Bitte! Sag! Ich wollte gerade sagen, wer verlassen denn? Wer fliegt denn einfach ins Haus? War sehender. Ja, ich wusste ja nicht, dass man direkt wieder weiter hat, eben auch ins Haus. Komm! Uah! Ich verstehe das leider. Schlepp mal, schlepp mal, schlepp mal, schlepp mal, schlepp mal, schlepp mal, schlepp mal... Oh fuck! Leute, ich komme nur hoch, aber ich kann nicht mehr runter. Warum geht das hier runter? Wo bist du denn? Mann, wie soll man den ersten noch ziehen? Wo ist denn die Steuerung, verdammt nochmal? Als ich da am Anfang alle zerbombt habe, bist du einfach schon vorgeflogen. Das zählt nicht. Mann, ey, ich spore und bleib wie abgeschossen. Was ist das denn für uns scheiße? Oh, ich habe die Maschine ausgemacht. Was soll denn das jetzt? Ich habe das Flugzeug ausgemacht. Während ich abstürze habe ich den noch mitgemacht. Danke, das klappt mir nicht. Ja, das klappt mir nicht. Ey, sind wir noch mehr drunter? Ja, ja, ganz viele. Ja, bei mir wird ein Chris. Chris schießt Leute ab. Der Helm? Ich muss doch wissen, wie das geht. Wie kann man denn die Wand verweisen? Alter, ihr Penner. Shit, 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 ich bin fertig. Nein! Bitte? Oh! Auf meinem Sofa liegt der Tote. Ich wiss nicht gewesen. Nein! Oh! Jetzt ganz konzentriert. Wie lange hast du gearbeitet? Bis zwölf. Plötzlich dreht sich der Bohr. Neun. Ich verstehe nicht, was? Neun. Also drei Stunden. Ich seh verschwommen. Pass mal auf. Ne, weil er sagt wegen Rettungs- wegen Rettungsbeobstgeist, ja dass er abgeholt wurde. Oh Gott! Noxy, Kollege, was ist das, was? Bei Rivano kommen immer die bunten Autos. Das hat nix mit dem Helikopter zu tun. Hahaha